Ich habe das Haus von meinen Eltern gehabt, ich bin jetzt rich. Nicht, wenn du Erbschaftssteuer zahlen musst. Was? Erbschaftssteuer? Ja gut, kommt ein bisschen drauf an. Was kostet das Haus denn? 900.000. Gut, zweimal 400.000 kannst du geschenkt bekommen. 400.000 von deiner Mutter und 400.000 von deinem Vater. Und was ist mit den restlichen 100.000 Euro? Kannst du denn auch noch in dem Haus wohnen? Ja, in einer Einliegerwohnung. Dann ist das für dich auch steuerfrei.